Jana Ina Zarela liebt ihren Moderationsjob, doch noch viel mehr liebt sie ihre Familie. Beides miteinander zu vereinbaren, fällt der Gattin von Giovanni Zarela nicht leicht. Jana Ina Zarela, zwischen Familienleben und Karriere Jana Ina Zarela, 46, hat das, was sich viele Frauen wünschen. Die Brasilianerin ist Mutter von zwei gesunden Kindern, hat einen Job, der sie erfüllt, und mit Giovanni Zarela, 35, einen Ehemann an ihrer Seite, der sie auch nach fast 20 Jahren Beziehung noch immer auf Händen trägt. Eigentlich könnte Jana Ina's Leben kaum schöner sein. Doch die 46-Jährige gibt zu, Familienleben und Karriere unter einen Hut zu bekommen, ist auch für sie gar nicht so einfach. Vor allem weil sie für ihre TV-Formate häufig über längere Zeit von ihren Liebsten getrennt ist. Gegenüber dem VOX-Format prominent, offenbarte Jana Ina kürzlich. Ich habe Produktionen im Ausland gehabt, wo ich dann während der Pandemie drei Wochen da durchgehend bleiben musste, und nicht nach Hause durfte. Und ich habe wirklich manchmal Tage nur geweint, weil ich so dachte, ja, ich bin glücklich, ich liebe meinen Job, aber ich liebe viel mehr meine Familie. Und deswegen sind wir auch so happy. Schwere Entscheidung für die Familie Während Giovanni Zarela erfolgreicher Schlagerstar ist, wird Jana Ina regelmäßig als Moderatorin gebucht. So moderiert sie seit 2020 die Sendung Haustier sucht Herz. Seit dem vergangenen Jahr sitzt sie in der Jury von Grill den Henssler. Fünf Staffeln lang moderierte sie außerdem Love Island. Doch 2021 war damit überraschend Schluss. Schweren Herzens verabschiedete Jana Ina sich von dem Dating-Format, um wieder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Die Entscheidung traf Jana Ina damals jedoch nicht allein, sondern bezog auch ihre Kinder mit ein. Als ich sie fragte, ob sie glücklicher wären, wenn ich beruflich nicht mehr für ein paar Wochen weg sein würde, jubelten sie. Das war für mich der entscheidende Moment, erklärte Jana Ina damals gegenüber BILD am Sonntag. Wie gut, dass ihre aktuellen TV-Projekte nicht für mehrere Wochen im Ausland gedreht werden. Wie gut, dass ihr da?